Hi, ich bin Amar. Ich bin grün und vielfältig, weil eben bei den Grünen vielfältige Perspektiven gesucht werden, aus verschiedenen Gründen zusammenkommen und eben alle gehört werden. Wieso ich motiviert bin, mich aktiv bei den Grünen einzubringen? Ich glaube, jeder hat im Leben irgendwann so eine Phase, wo man sich wirklich bewusst wird, man lebt nur einmal. Und irgendwann hatte ich auch diese Erkenntnis, ich habe auch nur ein Deutschland, ich habe kein zweites Deutschland irgendwo rumliegen. Und deswegen möchte ich auch in Deutschland aktiv mitgestalten, welche Zukunftsthemen ich interessant finde und weshalb. Ich interessiere mich besonders für Wirtschaft und Bildung. Wirtschaft ganz klar, weil es da viele Neuerungen gibt, die Digitalisierung, weil es auch irgendwo der Motor ist für das gesamte Land. Und Bildung vor allem, wegen meiner eigenen Erfahrung auch, deswegen Stress ist, habe ich mir immer gedacht, das muss eigentlich nicht sein, das kann man besser machen. Warum ich das Potenzial sehe, etwas zu verändern? Es gibt noch viel Luft nach oben, wenn es darum geht, verschiedene Perspektiven in unsere Politik mit einzubringen. Besonders junge Menschen mit diversem Hintergrund oder auch mit Fachkenntnissen in neuen Feldern, wie eben der Informatik. Ich wünsche mir, dass sich mehr Leute dieselben Fragen stellen, die ich mir eben auch habe stellen lassen. Und ansonsten wünsche ich euch nur das Beste und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.